so meine lieben herren und damen ich sage noch mein hallo bei snap goes barrier 3 und ich möchte mich schon mal recht herzlich bei euch bedanken für den letzten part für das neue probemikro aber wie ihr eventuell hört bin ich auf das alte mikro umgestiegen ja das andere muss ich erst noch einstellen dann aber mehr dazu sage ich während dem video dann machen wir mal ganz wie gewohnt weiter und wir werden jetzt zuallererst zu uns wieder gehen in unser altbewährtes heim und wie er sieht muni auffüllen wir haben keine munition mehr die weiß ich nicht wie man die anwendet die nebenwaffe keine ahnung also in den einstellungen habe ich dazu nichts gefunden dann haben wir die lok geschossen baum und das mal aber wir werden jetzt noch schnell bei der waffe bei unserem sniper gewehr unseren schalldämpfer mal reparieren ähm ähm und uns schalldämpfer kit holen so dann brauchen wir noch und die rüstung reparieren so dann können wir zum nächsten außenposten wir machen jetzt wieder außenposten hier in der nähe ist dieses gute stück den nehmen wir jetzt auch noch ein aber was ich jetzt auch noch brauche das habe ich ja ganz vergessen sorry das müsste auch so lange umeinander machen das sind granaten und rauchgranaten brauche ich auch so dann können wir ja weiter ziehen ja dann fahren wir da mal hin zu dem außenposten und wer stört so dann können wir ja jetzt uns den außenposten da oben noch holen ganz gauten auf jeden fall ok oh ist eine kamera und ein geschützturm also ist beides elektrisch ok ich hoffe wir sind hoch genug sodass wir nicht zwangsläufig gesehen werden weil ich mag jetzt nicht unbedingt noch erkannt werden ok Wie слышно? Alle runter! Entdeckung! Kann jemand ihn sehen? Ich kann ihn nicht sehen! Kann jemand ihn sehen? Ich kann ihn nicht sehen! Kann jemand ihn sehen? Ja, engl! Und schauen wir mal, wo wir spawnen! Na, ich hätte es auch mal wieder Bock auf eine Hauptmission! Dann möchte ich auch gerne wissen, wie es da weitergeht! Wie weit ist es denn zu dem Außenposten? Okay! So, und dann fahren wir da hin! Ja, brauchen wir gar nicht hinfahren! Dann ist er hier ums Eck! Dann setzen wir nach unten! Dannienen wir einen schenke! Dann machen wir bei unseren déplächtigen Flasen! Dann machen wir das vom Morgen! Dann haben wir es nicht! Welte Opfer! Versträmmten! Seid ab der Hut vor feindlichen Bewegungen! Sniper! Bild still! Der Mama! ok ja wir kommen schau raus kleiner miese kleiner miese Depp glaubt ihr er ist noch da draußen ich kann ihn nicht sehen ja 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 Wer zieht das Bier? Hehehe, Trafen versenkt. Kein Ziel in Sicht, Anate! Angriff! Hehehe, der Nächste, der Nächste bitte. Ja, ich hab keine, keine Munition. So. Dein Mama. Ja. Tödliche Schüsse autorisiert. Ja. 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 Ich kann keine Feindesbewegung mehr sehen. Wiederhole, keine Bewegung. Ja. 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 Bewegung. Hey, wer ist das? Wie du präsentierst, Nikal! Verstanden? Verlaubnis zum Angriff. Aber dann komm hoch. Ziel aus dem Auge verloren. Er ist irgendwo. Begrenzung absuchen. Alle. Das kannst du jetzt wohl echt nicht mehr sein. Ah, fast. Ja, mit dem scheiß Geschütz da unten. Die müssen wir anscheinend auch down bekommen. Ja, super. Ach, C.I.C.I. Interactive, das ist doch mega geil gelöst. Das kann es doch echt nicht mehr sein. Dass auch die gesamte Munition weg ist. Ich glaube, ich kriege einen Anfall darin. Das ist doch echt der Hammer. Ah, ich kriege einen Anfall. Na, dann füllen wir es halt wieder auf. Und die Lockgeschosse baue mal wieder. Jetzt möchte ich noch kurz nach meinen Skill-Punkten gucken. Was können wir denn leveln? Sorry, unsere Skill-Punkten. Also, dann können wir... Nur die Sturmgewehre können wir leveln. Und das machen wir jetzt auch. Dritten Rang, ja, das ist okay. Und wir reparieren jetzt noch unser... Schalli, so. Dann können wir... Da wollen wir ja hin. Dann können wir ja hierher. Oh! Begrenzung absuchen. Rettabter Scheiße ist tot. Verstanden, seitab der Luft zu feindlichen Bewegungen. Schau Schütze, Kämpfe runter. Befehle Mörserbeschuss auf feindliche Position. Verstanden, auf dem Weg zu den Mörsern. Zurück! Förderbeschuss! Glaubt ihr, er ist da draußen? Ich kann ihn nicht sehen. Kann jemand ihn sehen? Glaubt ihr, er ist da draußen? Kann jemand ihn sehen? Halt! Sie sieht doch noch in der Deckung! Halt! Erschießt das Ziel! Feuer! Anstrengung! Feuer! Tötet sie! Feind im Weg! Feind im Weg! Puh! 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 Kein Ziel in den Weg! Feind im! Puh! 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 Ja! Entdeckung! Entdeckt halten! Privilege Zähl! Versteck mich! Wir kommen! Wir kommen! Das ist keine Feindesbeziehung der Sees! Wiederholung! Keine Bewegung! Puh! Begrenzung! Absuche! Puh! Halt! Halt! Ich kann jetzt nicht weg! Halt! Halt! Töten! aus dem auge und 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jawohl, geschafft. Kann ich das Ding looten? Nö. Okay. Ja, dann haben wir den aus dem Posten hier erfolgreich erobert. Was? Hä? Was ist los? Ist hier irgendwo noch eine Kamera? Hier ist irgendwo noch eine Kamera, wenn ich das richtig gesehen habe. Hm. Hm. Ja. 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 Jetzt schauen wir einfach mal durch. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Brauchen wir uns noch Munition. Brauchen wir ja. Gut. Und Granaten. So, jetzt schauen wir uns noch die Hauptmission an. Genau, das ist der Plan. Nämlich diese hier fliegende Funken. Machen wir die. Machen wir. Dann musst du den Hof infiltrieren und die Transportliste beschaffen. Wir müssen erfahren, was verschickt wird und von wem. Verdammt. Ich hatte auf Feuerwerk gehofft. Nun, den Informationen zufolge lagern die Separatisten in den Tankwagen vor Ort Treibstoff. Genug, um den ganzen Bahnhof hochzujagen. Das könnte man als Feuerwerk bezeichnen. Und man braucht nur einen einzelnen Funken. Und du bist ein Schweißbrenner, Kumpel. Ich gebe mein Bestes, Ende. Ja, John. Allerdings. So. Dann werden wir jetzt noch mal Munition nachfüllen. Oder auch nicht. Okay. Und hier werden wir den ganzen Scheiß, wo müssen wir eigentlich hin? Schauen wir uns noch kurz. Hier oben hin müssen wir, okay. Das heißt, wir könnten eigentlich hier zwischen hier hin reisen und dann da im nächsten Part weitermachen. Der Außenposten gehört uns ja schon. Dann passt es ja. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Liked, kommentiert, ein Abo dalassen bitte. Wäre gut. Klickt es fleißig. Ja. Also.